sich begeben. Das war jetzt eine klare Ansage und das Wort hat jetzt der Abgeordnete Rülke. Herr Präsident, Frau Präsidentin, Entschuldigung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst finde ich den Debattenverlauf bemerkenswert. Die CDU-Fraktion beantragt eine aktuelle Debatte. Die Regierungsfraktionen erklären, diese Debatte sei völlig überflüssig. Dann meldet sich der Ministerpräsident zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich kann mich, Herr Ministerpräsident, dem Lob des Kollegen Haug nur anschließen. Wir freuen uns, dass Sie vorübergehend Ihre Bienenzucht verlassen haben, um ausnahmsweise im Landtag zu diesem wichtigen Punkt zu reden. Und ich bedanke mich, bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Bekenntnis zur Verfassung. Aber dieses Bekenntnis zur Verfassung sollten Sie vielleicht etwas in der eigenen grünen Partei verbreiten. Sie haben klipp und klar, und ich begrüße das mit aller Deutlichkeit, sich dazu bekannt, Wenn dieses Gesetz am Forum scheitert, ist es gescheitert. Nur haben Sie am vergangenen Wochenende dem Oberbürgermeister von Tübingen ein Forum geboten. Der war quasi Hauptredner auf Ihrem Parteitag und hat genau das Gegenteil für die grüne Partei angekündigt. Und da sollten Sie mal zu einer einheitlichen Regelung innerhalb der grünen Partei kommen. Entweder gibt der Ministerpräsident vor, was Ihr Kurs ist, oder der Oberbürgermeister von Tübingen. Und da hätten wir uns ein klares Wort von Ihnen erwartet. Und so ganz festgelegt haben Sie sich ja nicht, Herr Ministerpräsident. Sie haben weder in Ihrer Rede noch auf die verschiedenen Zwischenfragen antworten wollen, auf die Frage, ob Sie dann Stuttgart 21 unterstützen. Sie haben nur gesagt, das Gesetz ist dann gescheitert. Sie haben aber kein Wort darüber verloren, wie es dann weitergeht. Und genau das ist es ja, was die Menschen in diesem Land wissen wollen. Wenn Sie sich zur Verfassung bekennen, wenn dieses Gesetz gescheitert ist, dann haben Sie die Pflicht Ihrer Projektförderungspflicht, mit aller Deutlichkeit nachzukommen. Und dieses Bekenntnis verlangt nicht nur der Landtag, das verlangt auch die Bevölkerung von Baden-Württemberg von Ihnen. Dann haben Sie eine Lanze gebrochen für die politische Kultur. Auch das kann ich nur begrüßen. Sie haben erklärt, Lügenpack hätten Sie immer abgelehnt. Lügenpack hätten Sie immer abgelehnt, aber im Gegenzug der Opposition vorgeworfen, man sei ja auf demselben Niveau. Und Sie haben dann einige Begriffe aufgezählt. Ich habe nur einen davon notiert, Schlamassel. Also Entschuldigung, Herr Ministerpräsident. Wollen Sie dem Hohen Haus allen Ernstes sagen, Lügenpack und Schlamassel stünde auf demselben Niveau? Und wenn Sie das so sehen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, mal die Plenarprotokolle nachzulesen aus der Zeit, in der Sie noch in der Opposition waren. Wollen Sie uns ernsthaft weismachen, dass Sie solche Begriffe, solche Angriffe auf die alte Landesregierung nie, aber auch gar nie in den Mund genommen hätten, Herr Ministerpräsident? Ist es wirklich so, dass Lügenpack und Schlamassel auf einer Ebene steht? Das wäre schon ein eigenartiges Verständnis von Debattenkultur, meine Damen und Herren. Dann haben Sie uns vorgeworfen, wir würden das Verfahren bekritteln. Ja, wie kommt denn das? Wie kommt es denn dazu, dass das Verfahren bekrittelt wird? Das haben doch nicht die Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg erfunden. Sie können doch nicht bestreiten, ernsthaft bestreiten, das wird ja den Abgeordneten der Fraktionen der Grünen und der SPD genauso gehen, dass die Bürger an Sie herantreten und sagen, wir verstehen es nicht. Es ist unlogisch. Es ist seltsam formuliert. Ich behaupte, jeder Abgeordnete in diesem Haus hat diese Kritik aus der Bevölkerung schon gehört. Und es ist ja auch häufig Thema der Medien. Und wenn Sie für eine hohe Wahlbeteiligung eintreten, wenn Sie dafür eintreten, man soll die Bevölkerung informieren, dass Sie auch hingehen, dann können Sie uns nicht ernsthaft vorwerfen, wir würden das Verfahren bekritteln. Denn es dient ja gerade der Klarheit, wenn wir solche Debatten führen, damit die Menschen im Land auch verstehen, was mit diesem verquasten Gesetz und dieser eigenartigen Begründung, die Sie da im Kabinett beschlossen haben, eigentlich gemeint ist, meine Damen und Herren. Sie haben dazu aufgerufen, das Vertrauen in die Institutionen zu stärken. Sie haben gesagt, das Vertrauen in die Institutionen nehme ab. Und ich zitiere Sie, wir sollen an der Sache entlang argumentieren, dann würde dieses Vertrauen in die Institutionen wieder wachsen. Da haben Sie völlig recht, Herr Ministerpräsident. Nur sind Sie doch ehrlich, es geht doch bei diesem Gesetz nicht darum, an der Sache entlang zu argumentieren. Es geht bei diesem Gesetz nicht darum, nun etwas für die politische Kultur zu tun. Es geht nicht mal so sehr um Stuttgart 21, sondern es geht um einen Formelkompromiss für eine Konfliktkoalition. Das ist doch der Grund für dieses ganze Verfahren und für diese Volksabstimmung. Sie wissen doch ganz genau, dass Sie sich mit Ihrem Koalitionspartner niemals einigen. Und Sie wissen ganz genau, dass diese Volksabstimmung der kleinste gemeinsame Nenner gewesen ist, damit diese Koalition überhaupt möglich wurde. Und jetzt kommen Sie aus der Nummer nicht mehr raus. Und deshalb wird es immer komplizierter. Und deshalb wird der Eindruck erweckt, man könnte aussteigen aus Stuttgart 21. Dabei wird nur über die Finanzierung abgestimmt. Das ist doch der eigentliche Grund. Es ist einfach nicht zutreffend, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, es ginge um die Sache. Nein, es geht Ihnen um die Koalition und letztlich um die Macht. Das ist der Grund für das ganze Verfahren. An einer Stelle sind wir uns einig. Wir wollen gemeinsam in den nächsten Wochen dafür werben, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung bekommen. Das Beste, was passieren könnte, wäre, dass das Bochum erreicht wird und die Mehrheit der Bevölkerung mit Nein stimmt. Dann könnte niemand mehr an diesem Verfahren und am Projekt Stuttgart 21 herumkritteln. Dann würde es vielleicht sogar der Oberbürgermeister von Tübingen einsehen. Vielleicht, ganz sicher kann man nicht sein. Aber das muss unser gemeinsames Ziel sein. Und es ist legitim, als Gegner für ein Ja zu werben und als Befürworter für ein Nein. Und das wollen wir gemeinsam in den nächsten Wochen tun. Das ist sicher ein begrüßenswertes gemeinsames Ziel. Aber, Herr Ministerpräsident, ein Letztes. Sie haben von Einschwenken gesprochen. Wir haben nicht eingeschwenkt, weder die CDU-Fraktion noch wir. Zumindest kann ich für meine Fraktion nach wie vor sagen, wir haben erheblichste Bedenken, ob dieses Gesetz verfassungskonform ist. Und wir haben deutlich gesagt, wenn wir jetzt auf eine Klage verzichten, dann machen wir es hauptsächlich deshalb, um nicht der Bevölkerung zu signalisieren, wir wollen verhindern, dass sie abstimmt. Und, das haben wir auch immer in aller Deutlichkeit gesagt, die Klage ist immer noch möglich. Und, Herr Lehmann, Moment, Sie haben mir die Zwischenfrage nicht gestellt. Ich will sie gerne beantworten, wenn Sie sie stellen würden. Ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit zu, die FDP-Fraktion wird nicht gegen dieses Gesetz klagen. Ganz egal, wie die Volksabstimmung ausgeht. Das ist aber auch nicht der Punkt. Das ist auch nicht das Thema. Das habe ich immer gesagt. Denn selbst für den Fall, dass dieses Gesetz durch die Bevölkerung in Kraft gesetzt wird, landet das Ganze trotzdem vor Gericht. Weil die Bahn wird gezwungen sein, sich mit Ihnen gerichtlich auseinanderzusetzen. Und deshalb gibt es natürlich immer noch die Frage einer gerichtlichen Auseinandersetzung, die da im Raume steht. Und deshalb kann es natürlich immer noch sein, dass das Ganze gerichtlich überprüft wird. Und es kann immer noch sein, dass am Ende, meine Damen und Herren, ein Gericht feststellt, dass Sie mit diesem Gesetz auf dem Holzweg waren. Und dann, meine Damen und Herren, und dann, Herr Ministerpräsident, erwarten wir von Ihnen, dass Sie mit einem solchen Urteil genauso umgehen, wie Sie es von Willi Stechele verlangt haben und wie Willi Stechele es gestern auch getan hat. Applaus Applaus Applaus